Liebe Kolping-Schwestern, liebe Kolping-Brüder, die Leitidee Kolping – verantwortlich leben, solidarisch handeln – gilt für uns mehr denn je als Leitgedanke. Gerade heute, denn die Pandemie zeigt uns aktuell eindringlich auf, wie viel Verantwortung wir alle füreinander haben. Sie verschärft gesellschaftliche Herausforderungen und Umbrüche weltweit, so wie hier bei uns in Deutschland. 1850, vor 170 Jahren, schlossen sich auf Anregung Adolf Kolpings die ersten drei Gesellenvereine zum Rheinischen Gesellenbund zusammen. Es war die Gründung unseres Verbandes, der Grundstein für unser überörtliches Wirken als katholischer Sozialverband. In diesen 170 Jahren war es immer eine Stärke unseres Verbandes, auf gesellschaftliche und kirchliche Umbrüche zu reagieren – programmatisch, strukturell und organisatorisch. Um auf heutige, aktuelle Veränderungsprozesse in Gesellschaft und Kirche zu reagieren, haben wir deshalb als Kolping-Werk Deutschland im Jahr 2016 unseren Zukunftsprozess Upgrade, unser Weg in die Zukunft, auf den Weg gebracht. In dessen Rahmen werden wir auch eine Weiterentwicklung unseres Leitbildes, der Programmatik unseres Verbandes vornehmen. Ich bin froh und dankbar, ja stolz darauf, Vorsitzender eines katholischen Verbandes zu sein, der so lebendig und diskussionsfreudig ist, der damit wichtige und aktuelle Zukunftsfragen in den Blick nimmt. Auch im kommenden Jahr haben wir ein besonderes Jubiläum. Kolping wirkt. Gemeinsam mit Kolping International freuen wir uns auf den 30. Jahrestag der Seligsprechung Adolf Kolpings im Jahr 2021. Kolping wirkt. Damit wollen wir die weltweite Tatkraft, das heutige Wirken unseres Verbandes anschaulich darstellen und aufzeigen. Deutlich machen, dass Adolf Kolping auch heute wirkt. Durch das Werk, das er geschaffen hat, sowie durch das Engagement, das generationsübergreifend und weltweit Tag für Tag erbracht wird. Kolping wirkt. In diesem Anliegen werden wir in den kommenden zwölf Monaten regelmäßig mit einigen kleinen Beiträgen das vielfältige Wirken des Kolpingwerkes Deutschland vorstellen. Unser Engagement vor Ort in den Kolpingsfamilien und überörtlich in den Einrichtungen und Unternehmen. Unter dem Motto Auf dem Weg zur Heiligkeit lädt Kolping International zu einer Wallfahrt im Oktober 2021 nach Rom ein. Gemeinsam wollen wir um die baldige Heiligsprechung Adolf Kolpings beten. Kolping ist mir heilig. Als Kolpingwerk Deutschland lade ich euch alle, liebe Kolping-Schwestern und Kolping-Brüder, weltweit dazu ein, für die Heiligsprechung Adolf Kolpings zu beten. Zugleich bitte ich euch alle um eure Unterschrift. Wir wollen im Rahmen einer Online-Petition Papst Franziskus um die Heiligsprechung Adolf Kolpings bitten. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam in diesem Anliegen im kommenden Jahr dem Papst hunderttausende von Unterschriften überreichen könnten. 30 Jahre nach der Seligsprechung. Macht mit, denn Kolping ist uns heilig. So grüße ich euch alle aus Deutschland mit einem herzlichen Treukolping.